Ich hab euch die ganze Zeit gesehen. Nur eben nicht ganz. Ich hab euch ja kaum verstanden. Aber jetzt erratene Oida hat gut getan. Und jetzt seh ich endlich wieder euch ein Lächeln. Was schaust du denn so? Ich fahr schnell, ich hab noch einen Termin. Ich seh jetzt die größten Verbrecher. Wie hat uns das gefällt? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020